Musik So, im nächsten Kampf stehen sich gegenüber aus der blauen Ecke die Manuela. Und in der roten Ecke die Marcella. Marcella, beide sind heute zum ersten Mal dabei. Also Manuela gegen Marcella. Die erste Runde, Ring frei, 1 zu 0 für Manuela. Aber es geht weiter in der ersten Runde. Ring frei, 2 zu 0 für Manuela. Ring frei, 3 zu 0 für Manuela. Ring frei, 3 zu 0 für Manuela. Zweite Runde, das war der dritte Sieg für Manuela, 3 zu 0. Ring frei, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Stopp! Das war mit dem Ende der zweiten Runde der erste Sieg für Marcella, damit steht es 3 zu 1 für Manuela. Das war mit dem Ende der zweiten Runde der erste Sieg für Marcella, 3 zu 1, 10, Stopp! Das war mit dem Ende der ersten Sieg für Marcella, 3 zu 1, 10, Stopp! Auf geht's zur dritten Runde! Marcella, Marcella, Ring frei, 8, 9, 10, Stopp! Der vierte Punkt für Manuela, 4 zu 1, Ring frei, Zweite Sieg für Marcella, 4 zu 2! Und weiter geht's, Ring frei! Ende der dritten Runde und damit endete der Kampf, 4 zu 2 für Manuela! Applaus Martina! Martina! Und Ihre Begnerin aus der roten Ecke ist die Sabrina! Applaus Also Martina gegen Sabrina! Wenn Ihr zu dicht an den Rand kommt, sage ich Stopp! Dann geht's in der Mitte nochmal von vorne los! Ja? Und dann möglichst in der Mitte rein und versuchen die Gegnerin bis 10 Runden zu halten! 10 bis 10, dann Stopp! Okay? Auf geht's zur ersten Runde! Ring frei! Entsch..." *** Anvers cur personally Yorkisch? ... ... Enschelstalle Vielen Dank. 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 So, zwei weitere Mädchen im nächsten Kampf, die heute zum ersten Mal dabei sind. Und zwar aus der blauen Ecke kommt zu uns die Jacqueline und auf der hohen Ecke die Sissi. Also, wenn ihr zu nah an den Rand kommt, sage ich Stopp, dann geht es in der Mitte weiter und sonst die Gegnerin festhalten bis 10 auf beiden Schultern. Alles klar? Alles klar? Erste Runde, ring frei, okay? Ring frei. Mit dem 3 zu 0, das Ende der ersten Runde. 3 zu 0. Ja, das ist ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Auf geht's zur zweiten Runde. Ring frei. Für Sie. Für Sie. Gut. Ring frei. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, stopp. Der vierte Punkt für Jacqueline. Damit steht es 4 zu 0. Weiter die zweite Runde. Okay? Ring frei. 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 Vielen Dank. Die dritte Runde. Ring frei für Jacqueline, 5 zu 0. Ring frei. Ende des Kampfes und den Kampf hat gewonnen mit 5 zu 0 die Jacqueline. Aber auch frei frei für die Siegerin, die Siegerin Jacqueline mit 5 zu 0. Applaus Ladies and gentlemen, our novices today are in the blue corner Lisa and in the red corner Olivia. After 45 seconds, a submission in the right hand corner, in the blue corner to Lisa. Lisa. After 2 minutes 40 seconds, a second fall, this time by controlling gold to the blue corner Lisa. Lisa leads by two falls to none. Darf ich vor ein paar Betreuerinnen, bitte? Ein paar Sekundantinnen oder Betreuerinnen? Die dritte Runde. Okay. 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 After 4 minutes, the first fall by submission to Olivia. Ja, Lisa leads by two points to one. Aufstehen, bitte ein Handtuch. Jemand hier bitte mit einem Handtuch. Hol einen Handtuch. Jemand hat das Handtuch. Okay, weiterkommen. Aufstehen, bitte mit einem Handtuch. After 4 Minuten 45 Sekunden. A 3rd Fall by Controlling Hold to Lisa. Lisa leads 3 Falls to 1. On 2. Okay. Lufthansa. 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 Ladies and gentlemen, the winner after 5 minutes wrestling by 3 Falls to 1 is in the blue corner, Lisa. Hello, everyone. And the loser, give a hand for Olivia. Yes, come on, give her a round of applause. Olivia, thank you. The winner, Lisa. Okay, thank you. I'll see you. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020